So, ihr Lieben, so, jetzt habe ich schon wieder das Wort so benutzt. Ich wollte mir dieses Wort so die ganze Zeit, weil wenn ihr meine Storys anguckt, ich fange bei nicht mehr, in den letzten paar Wochen nicht mehr, seit zwei Wochen nicht mehr, aber davor fange ich immer mit so, so. Das ist eine saudume Angewinnheit, deswegen mache ich heute ohne so. Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen bei Mr. T. War das jetzt besser? War besser, war besser. Kammermann nickt und sagt, es war besser, okay. Gut, also ihr Lieben, also ihr Lieben, ne, ihr Lieben, hallo, Mr. T. aus Karlsruhe, bekannter als Personal Trainer aus Karlsruhe, heute zum Thema gesunde Ernährung Basics. Einfach mal heute so was ganz Einfaches, was richtig Einfaches, also völlig unkompliziert mal das Thema Ernährung, okay. Und da ist ein ganz wichtiger Faktor, deswegen klatsche ich auch in die Hände, wie beim Ring rein. Drei Mahlzeiten am Tag. Freunde, ja, ja, ich bin der Verfechter von drei Mahlzeiten. Ja, ich bin es und ich stehe dazu, wisst ihr auch warum? Warum? Ich betreibe nun seit 30 Jahren Ernährungsberatung. Und was hat sich wie ein roter Faden komplett in den 30 Jahren bewährt bei 98,7% meiner Kunden. Es waren über 15.000 Beratungskunden, alleine davon 3.000, 4.000 Online-Kunden. Was hat sich bewährt? Drei Mahlzeiten am Tag. Frühstücken, Mittagessen, Abendessen. Warum? Weil es sich bewährt hat. Ganz einfach, weil wir, wenn wir Frühstücken zum Beispiel, nicht in die sogenannte Bredouille kommen, Bredouille heißt, in einen Zustand, in dem ich dann unverantwortlich Dinge mache und in die Bäckerei renne und der Bäckereifachverkäuferin ihre Brezeln aus der Hand reiße und mir die Brezeln reinstopfe. Was ja nicht besonders, wissentlich nicht besonders gesund ist. So, deswegen, drei Mahlzeiten, Frühstück. Frühstück innerhalb der ersten Stunde, eineinhalb Stunden, vielleicht auch zwei Stunden nach dem Aufstieg. Wenn das Argument kommt von dir jetzt gerade, du, du, genau du jetzt, du, männlich, weiblich, das ist völlig Wurst, und sagst, ich kann aber nicht frühstücken, da muss ich jetzt erstmal husten, weißt du auch warum? In meiner Beratung habe ich das nicht mehr auch immer, ich kann nicht frühstücken. Ah, du kannst nicht frühstücken. Dann frage ich, hast du als Kind gefrühstückt? Ja, 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 habe ich. Und warum hast du als Frühstück frühstückt? Weil deine Mutter dich in den Schwitzkasten genommen und hat sie das Zeug reingeschoben? Nee. Weil die Mama dir dein Frühstück gerichtet hat. Und was sagt uns das? Das sagt uns, dass wir, jetzt machen wir es wieder pädagogisch, sehr wertvoll, unsere Hemmschwelle haben, morgens direkt nach dem Aufstehen uns was zu richten, weil uns das sehr stark frustriert. Das war jetzt pädagogisch wertvoll, lassen wir es sein, sondern weil wir zu bequem sind, noch einfacher gesagt, weil wir zu faul sind, okay? Lassen wir das Frühstück gefallen. Also, dieses Argument gilt nicht mehr, ab sofort frühstücken. Basic Nummer 1, ess ein vernünftiges, gesundes Frühstück. Nummer 2, ess vier bis fünf Stunden später dein gesundes Mittagessen. Und jetzt kommt es noch dazu, ess vier bis fünf Stunden später ein gesundes Abendessen. Und jetzt noch was, auch was ganz Wichtiges. Nochmal zum Thema Frühstück, weil alle immer fluchen über mich mit dem Thema Frühstück. Es wurde bewiesen, eine kanadische Langzeitstudie mit über 2000 probanten Freunden. Und er hat herausgestellt, dass Menschen, die ein Frühstück haben, sogar Menschen, die zwei Frühstück haben, wesentlich weniger dem Risiko ausgesetzt sind, übergewichtig zu werden. Und das weiß ich nämlich auch schon lange. Das präte ich nämlich schon in 30 Jahren. Ich musste aber keine wissenschaftliche Studie damit machen. Ich habe es gewusst, weil es logisch ist. So, gut. Das wäre jetzt mal so die drei Mahlzeiten am Tag. Vier bis fünf Stunden Zeit von einer zur anderen Mahlzeit. Das war das Erste. Jetzt kommt gleich wieder was als Zweites, was ich directly euch an den Kopf knalle. Das ist eine so weit wie möglich artgerechte Ernährung. Das Artgerechte hört sich jetzt das Aufgeblasen an, wo jeder denkt, Alter, was will er jetzt? Das ist ganz einfach. Schaut mal. Wir wollen alle, dass die Tiere, unsere Nutztiere, die dadurch auch eben ihr Fleisch für uns spenden, weil wir uns ernähren können, wollen wir, dass sie artgerecht gehalten werden, auch artgerecht ernährt werden. Dann wäre es doch auch sicherlich sinnvoll, wenn wir uns artgerecht ernähren. Und das bedeutet, dass wir so wenig wie möglich industrialisierte Produkte essen. So wenig wie möglich Fastfood, so wenig wie möglich Stabilisatoren, so wenig wie möglich Geschmacksversteiger, so wenig wie möglich Chemie uns reinschieben. Also keine Dinge essen, die so in der Natur nicht vorkommen. Natürlich können wir nicht unsere eigene Tiere züchten. Natürlich haben wir nicht den eigenen Garten, den eigenen Bauer, wo wir unsere Sachen selber machen. Das geht heute nicht mehr. Das ist richtig. Deswegen müssen wir mit der Kirche im Dorf bleiben. Und deswegen sage ich auch, so weit wie möglich, so weit wie möglich heißt, so gut wie möglich alle Störfaktoren ausblenden. Das heißt, ja, lass die Finger weg von abgepackten Sachen. Nein, kauf dir keine fertigen Soßen. Nein, kauf dir keine fertige Pizza. Wenn du eine Pizza essen willst, dann machst du doch um Gottes Willen selber. Ja, das bedeutet so artgerecht wie möglich. Auch wieder, das Essen sollte so nah wie möglich in der Natur sein. Okay? Das wäre jetzt die Nummer zwei. Okay? Und jetzt drei. Drei. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Gehört so basic dazu. Bedarfsgerecht essen. Drüber nachdenken. Wer sind wir? Was wollen wir? Was tun wir? Wir sitzen den ganzen Tag im Büro. So, das Einzige, was bei uns arbeitet, ist unsere 1350 Gramm bei den Männern. Und jetzt kommt, Achtung, ihr lieben Ladies, nicht beleidigt. Ich kann nichts dafür. Es kommt nicht von mir. Bei Ladies sind es nur 1280 Gramm. Warum das so ist, weiß ich nicht. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Aber ich habe euch lieb. Ja, dieses Ding da oben drin, das braucht tatsächlich auch im Sitzen Energie. Aber der Restanteil des Körpers liegt relativ brach. So, jetzt ist die Frage. Wenn wir uns körperlich nicht aktivieren, brauchen wir vielleicht auch nicht so viel Essen, wie wir tatsächlich zuführen. Viele Menschen ernähren sich ein Stück weit über Kalorien. Das heißt, sie essen mehr Kalorien, wie sie verbrauchen. Dazu essen sie auch ganz viel Energielieferanten in Form von Energielieferanten, in Form von Brot, Nudeln, Kartoffeln, Reis, Süßigkeiten, Wein, Bier und müssten eigentlich danach Holz hacken, aber sie machen es nicht. Okay? Also, was sollte passieren? Müssen wir da eine wissenschaftliche Studie ins Leben rufen? Nein, müssen wir nicht. Das führt dazu, dass diese Menschen so ein bisschen an Umfang zunehmen, sich schwer tun bei den Bewegungen, manchmal nicht mehr aus dem Aufzug rauskommen. Das war jetzt gemein, ich weiß. Nein, ihr wisst, ich liebe euch alle. Das ist nicht böse gemeint, aber ihr wisst, was ich damit meine. Das führt eben einfach dazu, dass wir körperlich inaktiv werden, dass wir darunter leiden. Deswegen ist bedarfsgerecht ganz wichtig zu wissen, was esse ich zu welcher Tageszeit, welcher Menge, welcher Art. Ganz wichtig. So, das wäre nochmal ganz wichtige Grundregel gewesen. Ich würde sagen, das reicht jetzt mal zum Einstieg, zum Basic. Und ja, wisst ihr, was immer ganz toll ist? Das ist, wenn man ein aktives Publikum hat. Wisst ihr, was ein aktives Publikum ist? Ein aktives Publikum ist ein Publikum, das reagiert. Warum? Weil es ist gut ernährt und dadurch natürlich der Brain. sehr aktiv ist und dann geben die uns auch noch gute Tipps und sagen, Freunde, das war geil, was ihr gemacht habt. Könnt ihr vielleicht noch dieses oder das andere Thema noch zunehmen? Jetzt bist du dran. Und bevor ich jetzt hier Schluss mache, kommt der wichtigste Akt bei diesem ganzen Trauerspiel. Und zwar Mr. T's Kitchen. Mr. T's Kitchen ist ein geiles Kochbuch. Wisst ihr auch, warum dieses, genau dieses Kochbuch geil ist? Könnt ihr euch vorstellen, warum das so ist? Soll ich es euch erklären? Wollt ihr es wirklich wissen? Weil es meins ist. Nein. Schaut mal, da steckt ganz viel Erfahrung drin. Und wenn ihr mich heute anguckt, ja, ihr wisst ja, viele, die kennen mich ja schon länger und die wissen ja schon, was ich alles schon gemacht habe und dass ich mit meinen fast 60 Jahren noch sehr fit bin und, ja, auch extrem fit aussehe und das liegt nicht nur daran, weil ich in der Woche zweimal 10 Minuten Sport mache, sondern die Formel 21 VS3, die kennt ihr. Das heißt, 21 Mal pro Woche habt ihr die Chance, euch gesund, soweit wie möglich, art- und bedarfsgerecht zu ernähren. Und das ist das Rezeptbuch dazu. Und das könnt ihr euch bestellen und dann geht mir es gut, Freunde. Ich wünsche euch viel Spaß bei allem, was ihr tut und lasst hören von euch. Bis bald.